Was heutzutage alles in den Sonnenschutzmitteln ist, das wisst ihr ja selber nicht mehr, also ich auch nicht, das ist wirklich schwierig. Wenn ihr nicht den ganzen Tag wirklich draussen an der Sonne sein müsst, dann würde ich das reine kaltgepresste Öl vorziehen, natürlich im Nachmittag oder über den Mittag sich im Schatten aufhalten, aber sonst nur mit dem reinen Öl schaffen. Dieser hat einen natürlichen UV-Schutz drin von etwa 10, hat aber auch andere Wirkstoffe, also auch gegen die freien Radikale und auch gegen Krebsalterungen. Es ist ein Schutz auch für die Gesundheit. Es ist nicht nur ein reiner Abwehrschutz gegen die Sonne, sondern etwas, was mit der Sonne vorwärts geht. Darum haben ja diese Inselstaaten und die benutzen ja eigentlich nur das Kokosöl und sonst nichts und Hautkrankheiten, sind da keine. Die haben manchmal andere Krankheiten wegen der Ernährung oder weil andere Vitamine fehlen.